Hallo Petri, ich kann nur eins sagen, FTM Fishing Tackle Max hat sich wieder etwas einfallen lassen, und zwar die neue Hardcase Rutentasche. Die gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal als Zweikammer, das ist die hier, und einmal als Dreikammer Rutenfüderal. Diese beiden Modelle bieten ausreichend Platz und Schutz für montierte Ruten. Länge der Rutentasche 1,25 Meter. Ideal für Spawnruten und Teletramarella Ruten. Eine robuste Verarbeitung, hochwertige Reißverschlüsse, Umhängegurt, Tragegriff, ein tolles Design. Wer Interesse hat, kann gerne bei mir vorbeikommen und die Rutentaschen begutachten und testen. Mehr Infos auf meiner Homepage helftrisalsport.de. Ein dickes Petri. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.